Ich begrüße euch heute zur neuen Folge von Leadership Unplugged. Die letzte Folge haben wir noch draußen im Garten gedreht, der Sommer im Unterbau war bislang kurz. Und insofern sind wir heute wieder drin. Aber nichtsdestotrotz wieder heute ein spannender Gast. Und ich begrüße heute Helena Hass bei uns auf dem Sofa. Vielen Dank, Boris. Ja, schön, dass du da bist. Helena, ich möchte dich ganz kurz vielleicht vorstellen, weil bestimmt nicht jeder der Zuschauer uns oder dich kennt. Bis seit September 2018 Vorständin der Volksbank in Baumberge. Richtig. Jetzt gute fünf Jahre oder 500 Jahre. Und bis 2003 dort angefangen. Ja. Damals als Azubi wirklich und 15 Jahre später Vorständin geworden. So ist es. Also insofern ein spannender Gast, den wir heute hier haben. Bei uns fängt es immer so ein bisschen an. So was ist dein Führungsstil? Das Mal habe ich gesagt, okay, du bist da. Ich weiß gar nicht, ob du musikalisch bist, aber ich würde es jetzt mal mit dem Musikinstrument heute versuchen. Also die Frage ist, was ist dein Führungsstil und was für ein Musikinstrument verkörpert das? Ja, ich glaube, Blockflöte, da musste jeder mal durch, aber dann hört es bei mir auch auf. Ich bin eher verbunden mit dem Sport und würde es eigentlich eher gerne mit einer Sportart vergleichen wollen, wer das für dich in Ordnung ist. Dankeschön. Ich sehe mich eigentlich eher als Trainerin einer Fußballmannschaft. Ich habe selber viele, viele Jahre lang Fußball gespielt und sehe mich eigentlich eher als Trainerin, also als jemanden, der seine Mannschaft motiviert, antreibt, individuell fördert. Es geht ja schon los, wen stelle ich überhaupt an welchen Platz, auf welchen Platz auf dem Spielfeld und wie spielt, hinterher spielen die einzelnen Personen zusammen. Und das ist meine Aufgabe, die Mannschaft zu motivieren, zu steuern, zu lenken, anzutreiben und dann im Endeffekt das Beste aus der Mannschaft rauszuholen. Okay, und ihr habt jetzt eine Mannschaft bei euch in der Volksbank mit 40 Mitarbeitern. Ja, genau. Also insofern ein größeres Fußballteam, würde ich mal sagen. Aber gibt es denn dann bei euch auch dann die Reservebank oder sind alle auf dem Spielfeld oder sind das auch ganz unterschiedliche Positionen? Natürlich sind alle auf dem Spielfeld, aber man muss natürlich schauen, dass man halt für jeden den richtigen Platz findet. Und das ist natürlich unsere Aufgabe. Also ich finde, du hast ja echt eine beeindruckende Karriere. Also ich meine 15 Jahre vom wirklich Azubi-Anfang zum Thema Vorständin. Und du gehörst auch zu dem, sag ich ganz bewusst, Exklusivkreis von 5 Prozent. Das ist eigentlich jetzt wirklich nichts Positives, finde ich. Da ist aber noch Luft nach oben von den Vorständen, die wir haben in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Also noch deutlich Luft. Aber wie hast du das geschafft? Also ich meine, das ist wirklich ein ganz, ganz schneller Sprung. Also nicht über einen langen Weg, sondern in nur 15 Jahren. Ja, das stimmt. Im Endeffekt hatte ich immer den Antrieb, weiterkommen zu wollen. Also es ging in der Ausbildung schon los. Das hat unglaublich viel Freude gemacht. Ich glaube, das hat auch mit der Bank natürlich zu tun. Ich glaube nicht, sondern es ist einfach so, weil mir da immer wieder neue Chancen geboten wurden. Und es haben sich immer wieder Türen geöffnet, durch die ich durchgelaufen bin. Ich habe ja nach meiner Ausbildung relativ schnell den Bankfachwirt gemacht. Dann den Bankbetriebswirt, den diplomierten Bankbetriebswirt, Bankkolleg und dann im Endeffekt noch das Gbf hinterher. Und wenn man merkt, das funktioniert, das läuft gut durch und parallel kann man sich auch weiterentwickeln in der Bank, macht das natürlich unglaublich viel Freude. Und das war bei uns im Hause immer Usus, dass wenn man sich engagiert und motiviert, ja im Endeffekt die Themen angeht, dass man dann auch wirklich weiterkommt und auch was werden kann. Und das ist auch heute noch so. Und ja, so ist es im Endeffekt relativ gut und schnell dann auch durchgelaufen. Aber gab es denn irgendwie auch so einen Schlüsselmoment, so einen Beschleuniger? Weil manchmal hast du ja auch, wenn ich, ich gucke mal zu meinem Leben zurück, da habe ich auch so zwei Schlüsselmomente gehabt, die plötzlich beruflich das irgendwie da vorne getrieben haben. Gab es das bei dir auch so was? Also ich würde nicht sagen, dass es einen besonderen Schlüsselmoment gab. Es war einfach die Freude und die Motivation, weiterkommen zu wollen. Und da war natürlich, da war irgendwann der Punkt für mich da, dass ich gesagt habe, ich kann mir das schon gut vorstellen, auch Vorständin zu werden, weil es mir einfach insgesamt viel Freude gemacht hat, weil ich in der Bank meine Entwicklung durchlaufen bin, aber auch die theoretische. Und da muss man natürlich irgendwann überlegen, okay, wie geht es denn weiter für mich? Und da war ich dann schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mir das vorstellen. Bin dann auch ins Gespräch mit meinen Vorständen gegangen und habe gesagt, Leute, ich kann mir vorstellen, das GWF zu machen. Wie seht ihr das? Weil das war bei uns im Hause, hat keiner das GWF. Also das heißt, du hast schon so ein bisschen gerüttelt und gesagt, du möchtest weitergehen. Also Aki Reinke war mal hier auf dem Sofa und hatte dann gesagt, Mensch, ich habe damals meinem CEO gesagt, ich will auf deinen Stuhl. Und sagte, das war jetzt vielleicht nicht die schlauste Bemerkung, die er gesagt hat. Also du hast aber auch schon immer gezeigt, du willst ihm auch was erreichen. Genau. Aber gab es denn auch dann bei dir irgendwie so, ja, ich sage mal auch irgendwelche Hemmnisse? Also du bist jung, bist damals noch jünger gewesen, bist dann in dem leichten Haus gewesen, wo dich ja wahrscheinlich vielleicht auch welche begleitet haben, wo sie dann, jetzt kommt die, also der Azubi kommt jetzt und plötzlich war sie damals da und jetzt ist sie meine Vorständin. Oder ist das, glaube ich, eher nicht so ein Thema gewesen bei dir? Ich würde mal sagen, nein, es war nicht wirklich ein Thema. Na klar, mussten sich einige daran gewöhnen, dass ich, ich bin ja relativ jung, auch in Führungspositionen dann gewechselt. Also ich habe, glaube ich, nach meiner Ausbildung oder nach meinem Bankfachwirt, habe ich schon die Niederlassungsleitung oder die Leitung der Hauptstelle übernommen. Das ist natürlich dann schon ein Prozess, wo dann natürlich der eine oder andere Kollege schon draufgeschaut habe, aber die kannten mich ja, kennen mich ewig und wussten auch, dass es, ich glaube, sie wussten, dass es gut wird. Und ja, deshalb, es gab nicht wirklich Hemmnisse. Und bei uns in der Bank war es immer so, dass jeder die gleichen Chancen hatte, im Endeffekt sich einzubringen, sich weiterzuentwickeln. Und der, der die Chance ergreift, der kann dann auch im Endeffekt bei uns was werden. Das ist so. Und so hatte ich halt auch immer die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Und die anderen hätten ja genauso die Chance gehabt. Das ist jetzt auch dann der Fall. Ja, klar. Und das passt jetzt eigentlich auch ganz gut, weil jetzt kommen wir dann auch zu diesem Thema Vertrauen rein. Weil das natürlich auch ein Thema ist, ich vertraue, die Führung vertraut in meine Person, in mich. Wie baust du denn Vertrauen auf in deinem Team? Also wie bezeugst du das, ich sage mal, auch dein Team sagt, Mensch, das, was die Helena macht, daran glaube ich. Es hilft, dass ich halt aus dem eigenen Hause komme, dass die Menschen mich lange kennen. Zum Teil seit der Ausbildung. Und was auch hilft, ist natürlich Kommunikation. Viel sprechen, viel miteinander reden. Und wir sind ja eher ein kleineres Team. Das ist schon auch ein bisschen familiärer. Und ich laufe zum Beispiel jeden Tag durchs Haus und bin immer ansprechbar. Meine Tür steht immer offen. So, dass halt, wenn was ist, ich auch jederzeit ansprechbar bin. Und ich glaube, dass halt gerade das Thema so, wenn Herausforderungen oder Probleme da sind, dass es dann wichtig ist, offen zu kommunizieren und miteinander zu sprechen und somit auch Vertrauen aufzubauen. Auch das Thema so, ja, Fehlerkultur. Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn Fehler passieren? Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Fehler bei uns im Hause passieren, erwarte ich im Endeffekt von meinen Mitarbeitenden, dass sie das offen ansprechen. So, und dann wird nicht der Kopf abgehauen. Nein, im Gegenteil. Man schaut zusammen, lösungsorientiert drauf und guckt, kriegt man das irgendwie geregelt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das stärkt natürlich auch Vertrauen. Es gibt halt immer Kommunikation, egal wie du es meinst, natürlich. Und wenn du das irgendwie nicht direkt ansprichst, das ist ja so ein Thema, wie ein kritisches Feedback, wie spreche ich eben auch Dinge an, die nicht gut gelaufen sind. Das ist, glaube ich, immer so die Herausforderung, die auch abhin zukommt. Ja, und auch wichtig ist, die Dinge direkt anzusprechen. Also nicht jetzt ein paar Wochen später. Genau. Wir pflegen da bei uns im Hause eine ganz, ganz offene Kommunikationskultur. Also wir sprechen alle Dinge an. Wir sagen, auch wenn es richtig gut läuft, da gucken wir auch, dass wir das natürlich auch entsprechend benennen, weil das gehört auch dazu. Aber natürlich auch, wenn Dinge nicht gut funktionieren. Ja, aber es kann ja nicht funktionieren. Sag mal, du hast jetzt Störungen in deinem Team. Auch da, wo du bist, wird es nicht nur Sonnenschein geben, sage ich mal, sondern es wird sich ja auch am Ende natürlich auch verändern, auch mal die schlechten Situationen, auch es wird mal regnen, sage ich mal, in dem Bereich ins Bild. Also wie gehst du damit um, wenn du feststellst, Achtung, da sind jetzt irgendwie Störungen gelaufen, da ist Unruhe im Team. Wie machst du das? Ja, im Endeffekt spreche ich einmal mit den einzelnen Personen. Ich höre mir das an. Also getrennt voneinander? Ja, und dann alle an einen Tisch. Ganz klar. Und dann wird sich ausgesprochen, weil ich glaube, nur so kann man wirklich Herausforderungen und Probleme lösen. Also insofern ist Transparenz ein ganz großes Wort, was auch wichtig ist. Absolut, ja. Also Fehler werden dann erst einzeln, dann gemeinsam besprochen. Genau, richtig. Die Frage ist jetzt mit dem Weg, den du gemacht hast, auch in deiner Karriere. Da habe ich dich ja auch jetzt erlebt nochmal vor ein paar Wochen auf der Bankenwirtschaftlichen Tagung. Ich fand dich unheimlich beeindruckend, sage ich gerne. Weil du da wirklich so tief drin gesteckt hast. Und du hast ja auch vorhin angesprochen, Mensch, du bist jetzt groß geworden in der Bank. Also ich fand das echt faszinierend. Und ich dachte, wow, ich glaube, da kannst du nicht so schnell was vormachen. Also wirklich total überzeugend. Aber dennoch ist ja auch vielleicht auch das Thema Frau, muss ich jetzt nochmal nochmal bringen. Wir haben nur 5% Vorständen und das ist ja nicht nur in der GFG, in der Nossenschaften Finanzgruppe, sowas ist ja auch in anderen Bereichen so. Also das Thema, wie kommt man jetzt, sage ich mal, quasi den Weg, wirklich die Leiter nach oben? Glaubst du, dass da Chancengleichheit ist? Sind da irgendwelche auch Hemmnisse? Oder wie glaubst du, kann man Chancengleichheit vielleicht besser gewährleisten? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wichtig ist, dass erstmal alle die gleiche Basis, die gleiche Ausgangssituation, Position haben, um sich zu entwickeln. Es darf niemals einen Unterschied gemacht werden, ob, ich hätte fast gesagt, groß, klein, Mann, Frau, jung, alt. Ich kenne das nicht anders. Ich habe das nie anders erlebt, Gott sei Dank bei uns im Hause, dass es irgendwelche Hemmnisse gab aufgrund meines Geschlechts. Im Gegenteil, also jeder hatte die gleiche Chance. Ich weiß aber auch von Vorstandskolleginnen, dass es bei denen anders gelaufen ist. Es gibt ja so ein schönes Format, Vorständinnen im Dialog, wo wir uns regelmäßig austauschen. Und da weiß ich, dass es auch anders gelaufen ist. Ich habe das aber Gott sei Dank nie erlebt. Im Gegenteil, also ich kann nur davon sprechen, dass ich immer gefördert und gefordert wurde. Auch im Genossenschaftlichen Finanzverbund in Gremien arbeiten oder so, war ja auch früh da schon unterwegs. Also Gott sei Dank, für mich ist das gut gelaufen und ich habe da nie irgendwelche Hemmnisse gespürt. Was aber natürlich wichtig ist, dass man das Thema Karriere und Familie nicht ausschließen darf. Das ist wichtig. Wir müssen halt Flexibilität bieten als Arbeitgeber, dass das halt auch machbar ist, dass man zum Beispiel auch in Teilzeit Führungskraft sein kann. Das heißt zum Beispiel mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, solche Dinge. Und da kann ich nur sagen, das funktioniert. Zum Beispiel unsere Leiterinmarktfolge Kredit arbeitet halt in Teilzeit. Macht, glaube ich, 24 Stunden und das funktioniert wirklich wunderbar. Es ist immer ein Geben und Nehmen, keine Frage. Also wir, sie hat da volle Flexibilität. Wenn sie sagt, ich muss heute von zu Hause aus arbeiten, dann ist das so. Aber sie setzt sich auch mal abends hin und schlägt den Rechner auf. Das sehen wir auch. Also deshalb, das funktioniert gut. Also deshalb, Karriere und Familienplanung darf sie auf jeden Fall nicht ausschließen. Aber das eine ist ja, so sage ich mal, auch diese Flexibilität zu haben. Aber dennoch habt ihr ja wahrscheinlich auch Vertriebsziele, die ihr erreichen wollt. Ihr habt Umsatzziele. Also ich meine, die Frage ist ja, wo ist die Balance? Also wie managt man das? Wie schafft man es dennoch eben, diesen Erfolg zu haben? Ja, wir haben tatsächlich keine Vertriebsziele auf Mitarbeiterebene. Also da ist das Thema nochmal Vertrauen. Also es geht bei uns über bei Vertrauensarbeitszeit los und endet da, dass es im Endeffekt keine Vertriebsziele für Mitarbeitende gibt. Ja, und das funktioniert tatsächlich. Bei uns ist es eigentlich eher so, dass es darum geht, über Eigenmotivation die Kunden zu beraten. Unsere Mitarbeitenden haben eine hohe Identifikation zum einen mit ihrem Haus, mit unserem Hause, mit der Volksbank Baumberge, aber auch mit dem Kunden. So, und wir gehen es im Endeffekt etwas anders an als andere Banken. Und zwar sagen wir halt so, ja, bitte berate da natürlich deine Kunden, aber du kriegst keine Vertriebsvorgaben. So, und somit kann der Mitarbeiter wirklich im Kundeninteresse beraten. Und wir setzen da voll auf die Eigenmotivation. Natürlich schauen wir auch auf die Zahlen, so ist es nicht. Also es ist schon so, dass wir natürlich das auch anschauen und kontrollen und gucken, wie viel haben wir denn jetzt in den und den Bereichen jetzt erreicht. Und schauen natürlich schon auch, wenn jetzt Bereiche, wenn es Bereiche gibt, wo wir noch was tun können, dass wir da natürlich dann auch nachschärfen, vielleicht nochmal nachschulen. Aber es gibt keine Vertriebsvorgaben auf Mitarbeiterebene. Die Frage ist jetzt ein bisschen mal Glaskugel. Wie entwickelt sich so die Zukunft? Das machen wir nicht mal nicht zur Vorständin, sondern zur Zukunftsforscherin. Also guck mal so in die Glaskugel rein und sag, okay, wie glaubst du jetzt werden so die Tendenzen sein, die Tendenzen in den nächsten fünf Jahren? Was heißt das vielleicht für Zusammenarbeit? Wir hatten ja auch so ein bisschen das Thema autonomes Arbeiten, Flexibilität. Also wie glaubst du, wird sich jetzt so in den nächsten Jahren die Arbeitswelt verändern, jetzt auch gerade in deinem Bereich jetzt? Glaubst du, dass da wesentliche Veränderungen sind oder ist es eher wenig, was gerade vielleicht durch KI passiert? Genau, da sprichst du schon das erste Thema an. Ja klar, also wir sind ja, wir arbeiten, leben in einem absolut dynamischen Umfeld. Wenn man jetzt mal sich nur die letzten drei, vier Jahre anschaut, was wir da alles erlebt haben, das hätte ja keiner vorher gedacht. Deshalb, ja, wird man auch in der Zukunft entsprechend sehen, wie dynamisch es sich weiterentwickelt. Und wir haben natürlich die Megatrends, wir haben nach wie vor das Thema Regulatorik, was nicht weniger wird, Fachkräftemangel. Wir haben das Thema künstliche Intelligenz, das hast du gerade angesprochen. Natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. So, da haben wir irgendwie Megatrends, mit denen wir umgehen dürfen. Und wenn ich nach vorne schaue, dann sind das, glaube ich, die Themen, die uns am stärksten bewegen. Ja, das ist natürlich dann wichtig, ja, zu überlegen, wie sieht man das als Vorstand, wo läuft das Ganze hin? Wie sehe ich die Zukunft? Und wenn ich jetzt mal auf das Thema künstliche Intelligenz schaue, weil das ist, glaube ich, das, was so am dynamischsten ist, ist es wichtig, dass man das als Chance für sich sieht. Also wir sehen das für uns als Chance. Wir gucken wirklich, wo wir das nutzen können. Unsere Mitarbeiter sind geschult im Bereich ChatGPT, können damit umgehen. Und da wird sich die Arbeitswelt natürlich verändern. Aber man muss auch sagen, ich denke, dass sich Prozesse weiter standardisieren, automatisieren, mithilfe von KI und das wird uns helfen. Dann haben wir wieder Möglichkeiten, Mitarbeitende weiterzuentwickeln, weiter zu qualifizieren und dann wieder weiter in die Kundenberatung natürlich mit einzubringen. Also ja, es wird sich verändern. Fachkräftemangel, total wichtig. Wie kann man noch Mitarbeitende für sich gewinnen? Was muss man eigentlich alles tun? Wir sind Gott sei Dank relativ gut aufgestellt. Wir finden und gewinnen immer noch Mitarbeitende für uns. Wir sind im Durchschnitt 38 Jahre jung, die Truppe. Da muss man sich überlegen, was bietet man eigentlich? Jetzt haben wir vor kurzem die kurze Hose eingeführt. Und die Kunden, wie haben die jetzt darauf reagiert, auf kurze Hosen? Ja, also Trugel der Gleichberechtigung fanden die das gut. Denn man muss ja sagen, also im Sommer, wenn es wirklich warm wird und wir haben über 30 Grad, die Damen dürfen ihren Rock anziehen und die Herren müssen in langer Hose erscheinen. Also da kann man auch sagen, auch die Herren dürfen ihre kurze Hose anziehen. Und man muss ja auch sagen, auch die kann man schick stylen und das machen unsere Herren auch. Und deshalb funktioniert das gut. Unsere Mannschaft ist im Durchschnitt 38 Jahre alt. Wir sind wirklich eine Bank, die halt ländlich geprägt ist. Da erwartet keiner der Kunden, dass wir da im Anzug stehen mit Krawatte. Die haben wir schon übrigens vor sechs Jahren abgeschafft und gehen auch in Sneaker und Chino in die Bank. Und jetzt ist die kurze Hose einfach der nächste Schritt. Und das ist eigentlich auch cool und das ist witzig. Und das zeigt auch so, wie wir ticken, was wir machen, wie wir drauf sind. Jetzt schauen wir nochmal zum Abschluss von unserem Gespräch nochmal in so den Bereich. Du bist jetzt in dieser Rolle Vorständin. Glaubst du denn, dass die KI dich irgendwann ersetzen wird? Also werde ich jetzt irgendwann in ein paar Jahren nicht mehr mit dir sprechen, sondern mit einer KI, die dann die Vorständin oder der Vorstand ist oder wie man es auch bezeichnen soll? Das glaube ich nicht, nein. Also ich glaube schon, dass die KI einiges ersetzen wird. Ich glaube auch Mitarbeitende, die tatsächlich einfachste Aufgaben zurzeit erledigen. Das kann ich mir schon vorstellen, aber nicht die qualifizierte Beratung und auch nicht den Vorstand. Also nein, weil ich glaube, es gibt immer noch die Kunden, die halt unsere Kunden sind, die Kunden, die auch gerne in die Bank kommen möchten, die beraten werden möchten. Wir haben unsere Firmenkunden, die im Endeffekt ja wirklich qualifiziert beraten werden möchten und müssen. Und wir als Vorstände unterstützen das natürlich und sitzen auch dort mit bei den Gesprächen, also bei uns am Homehouse auf jeden Fall mit am Tisch. Und es geht immer noch darum, eine Menschen zu führen. Auch das ist eine Aufgabe, die wir als Vorstand haben, Strategien zu entwickeln. So, und deshalb wird es uns auch weiterhin geben. Letzte Frage, die ich nochmal an Ries habe. Wir haben ja auch das Thema Genossenschaft, ist ja irgendwo hier auch, wo wir hier zusammen sind. Was macht für dich Genossenschaft aus? Und ich spreche ja mit einem Kind, sage ich mal, in so einem Fall, weil du ja wirklich Genossenschaft erlebt hast von 2003 bis heute. Also was ist für dich Genossenschaft? Genossenschaft, also da würde ich, fällt mir jetzt ganz spontan natürlich der Satz ein, was einer nicht schafft, das schaffen viele. Und Genossenschaft heißt für mich, mitreden zu können. Wenn ich jetzt auch an unsere Mitglieder denke, sich einbringen zu können, mitgestalten zu können, gemeinsam was erreichen zu können. Das ist eigentlich so dieses Thema Genossenschaft, gemeinschaftliche Werte, auch Regionalität. Also das ist für mich Genossenschaft, ja. Dankeschön. Danke dir für das Gespräch. Damit sind wir schon wieder am Ende der Folge. Diesmal drin. Ich bin mal gespannt, wie der Sommer jetzt weiterläuft. Vielleicht gehen wir beim nächsten Mal wieder raus oder zum Skifahren irgendwo. Es kann ja auch so kommen. Also ich sage euch Dankeschön. Alles Gute. Danke fürs Einschalten. Und dann bis zum nächsten Mal bei Leadership Unplugged. Danke schön, dir alles Gute. Vielen Dank. Und bis dann. Tschüss. Ciao.